Palästinenser, nicht in Ordnung, bin ich ein Faschist? Ich wohne in Hase! Ja Leute, wo lebt ihr eigentlich? Ich wohne in Hase! Wir müssen bei der Wahrheit bleiben. Sie können gerne kommen. Bitte. Kommen Sie. Kommen Sie und sagen Sie was mitzuteilen. Traut sich nicht. Alles klar. So, und zu meiner Verwandtschaft. Ich komm, bitteschön. Nein! Wurde ihr die Verwandtschaft? Ihr habt die ganze Verwandtschaft einmal vertrieben und habt hier neu angefangen? Nein. Also. Aber was soll Ihre Frage denn jetzt? Ich verstehe die Frage nicht. Also er hat gefragt, ob meine ganze Verwandtschaft... Moment. Er sagt, meine ganze Verwandtschaft ist hier angekommen, wurden wir vertrieben? Nein. Warum sollen wir vertrieben werden? Die ganzen Syrier, die nach Deutschland kommen und die sich hier auch eine Existenz aufgebaut haben, werden die alle vertrieben? Leute, ihr lebt in einer Realität, die nicht funktioniert. Die Bundesregierung entscheidet über Bleiberecht oder nicht. Das ist nicht die AfD. Das muss euch mal klar werden. Und warum rede ich bei der AfD? Ich sage euch, warum ich hier stehe. Weder die SPD, weder die Linke, weder die Grünen, weder die CDU sind daran interessiert, es auch mal von einem maximal pigmentierten Ex-Flüchtling zu hören, wie wir die ganze Sache in Deutschland betrachten. Ich habe keinen Bock darauf, dass Polizisten in meiner Heimatstadt Essen rumrennen.